Hallo zusammen, heute habe ich etwas Neues für euch. Über ein Update sind unsere Self-Powered Systeme mit Netzwerkanschluss auch IS67 kompatibel. Das heißt, dass unsere Lautsprecher plattformübergreifend Audio-over-Internet-Daten wiedergeben können. Kurz gesagt, ein IS67-fähiges Pult, ein Netzwerkkabel und die Box spielt. Weite Infos findet ihr auf sehburg.com oder auf unserem YouTube-Kanal. Bis bald! Bis bald!